Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mal wieder um die Uhrenmarke Nordgreen. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Video über eine solche Uhr gemacht. Zum Beispiel hier diese Pioneer-Version oder auch jetzt hier, die ich trage, die Native. Und jetzt habe ich eine Philosopher, die möchte ich mit euch auspacken. Das ist eine richtig schicke Uhr dieses Mal mit einem weißen Ziffernblatt. Da war ich ganz besonders gespannt drauf. Ja, und Nordgreen macht ja schon seit vielen Jahren was in Sachen Umweltschutz. Und das ist ja auch so immer der Ansporn, auch selber mal so ein bisschen was zu machen. Bei mir ist es einfach der Verzicht auf Plastik, auf Kunststoff. Wir versuchen beim Einkaufen immer wieder diese selbst mitgebrachten Beutel zu füllen. Aber auch wenn man Müll trennt, beziehungsweise man sieht hier mal was liegen. Und dann kann man auch schon mit einem kleinen Einsatz was Großes erreichen. Ich denke, wenn das jeder einmal macht und sich bückt und irgendwas aufhebt, dann sind wir schon auf einem guten Weg in eine bessere Welt. Ja, wir haben hier auch bei dieser Uhr, das erwähne ich auch immer mal wieder, eine Verpackung, die zertifiziert ist. Ja, also wir lesen hier gleich schon auf der Innenseite FSC und das gucken wir uns aber beim Unboxing nochmal genauer an. Und auch hier wird wirklich aufgepasst, welche Rohstoffe man nimmt, beziehungsweise dass man nicht zu viel verschwendet. Nordgreen führt jetzt am 19. April eine Guardian-Linie ein. Das ist praktisch ein Einführungsdatum. Da wollte ich euch auch nochmal drauf hinweisen. Und das ganz Besondere aufgrund dieser Einführung ist dieses Video. Denn ihr könnt, wenn ihr beim Bestellvorgang den Code KAI eingebt, 15% auf das komplette Uhrensortiment sparen. Ihr bekommt dann sofort Rabatt abgezogen. Und ja, ich würde sagen, kurz nach dem Intro gehen wir gleich auf die Uhr, schauen uns ein bisschen die Verpackung an. Ich erzähle euch noch was über diese Programme, wo Nordgreen eingeführt hat. Da könnt ihr praktisch nach dem Kauf mit einer Seriennummer auf der Webseite verschiedene Sachen unterstützen. Aber ich will dem nicht vorgreifen. Wir schauen uns das gemeinsam nach einem kurzen Intro an. Bis gleich. Ich würde sagen, wir packen dann gleich mal die Philosopher mit dem weißen Ziffernblatt aus. Ich habe ja gesagt, ich trage momentan die Native mit einem veganen Lederband. Das fand ich damals besonders toll. Und es gab ja hin und wieder auch mal Kommentare, wo geschrieben wird, ah, was ist das für ein Uhrenwerk und qualitativ ziemlich weit unten angesiedelt. Aber man muss auch immer wieder darauf blicken, dass ja jeder Mann das Recht auf eine Uhr hat oder auch jede Frau. Und da muss es natürlich auch in einem erschwinglichen Rahmen bezüglich des Geldbeutels bleiben. Und da muss ich wirklich sagen, da sind die Kosten für eine qualitativ hochwertige Uhr, das ist meine persönliche Meinung, auch angemessen. Wir haben ja wie gesagt hier diese FSC-zertifizierte Verpackung. Das ist ein ganz normal schlichtes Paket. Es ist absolut kein Plastik hier vorhanden. Das finde ich toll. Das hat man ja öfters aus dem asiatischen Raum, dass hier alles wirklich so verpackt wird mit ganz viel Kunststoff. Was bei Nordgreen auch noch ganz besonders ist, was ich super finde, und zwar eine weltweite kostenlose Lieferung und auch die Rücksendung übernimmt hier Nordgreen. Also da ist in Sachen Nachhaltigkeit wirklich viel gemacht. Den Karton packe ich mal weg, denn jetzt haben wir hier diese Art Geschenkbox. Und da sage ich auch immer wieder, wer so eine Uhr verschenken möchte, das ist richtig tauglich. Also man kann jetzt entweder hier, ja noch ein Geschenkpapier, wäre ja wieder gegen diesen Umweltgedanken, aber es gibt auch Geschenkpapier, das nicht so arg belastend ist. Und dann hat man das wirklich toll. Also ihr zieht das hier auf. Ich mache das mit euch jetzt. Natürlich kenne ich das schon. Ich habe die Uhr mir auch schon angeschaut und seht euch das an. Das ist wirklich sehr sparsam, aber auch noch schick gemacht. Ich glaube, die Pioneer, die kann ich jetzt auch mal wegpacken. Ihr seht die. Ich habe die immer auf diesem im Lieferumfang enthaltenen. Also das war jetzt bei der letzten Uhr hier dabei. Habe ich die drum gespannt, wenn ich die nicht anhabe. Die ziehe ich zu manchen Ereignissen an. Die trage ich so im Alltag, weil die recht smart ist. Die trägt nicht so viel auf. Und ja, von der Uhrzeit kann ich sagen, die geht weder vor noch zurück und hat eine einfache Einstellung. Also das ist wirklich eine klasse Sache. Dann haben wir hier ein kleines Säckchen mit dabei. Ja, das ist dieses Salz, was hier drin ist, damit einfach die Feuchtigkeit aufgesaugt wird. Ich habe ja erwähnt, es gibt eine neue Guardian-Linie und da müsst ihr mal schauen auf der Homepage. Die habe ich auch unten verlinkt. Das ist ab 19. April das Einführungsdatum. Und was ich ja auch schon gesagt habe, ihr spart tatsächlich 15% auf jede Bestellung, wenn ihr den Code KAI beim Bestellvorgang zum Schluss eingebt. Da müsst ihr mal unten in der Beschreibung schauen. Da habe ich das alles nochmal hingeschrieben. Da könnt ihr gerade den Code kopieren und einfügen, wenn diese drei Buchstaben auch nicht großartig schwierig sind, sich zu merken. Ja, wir haben hier nochmal alles geschützt. Das ist hier die einzige Sache, die mit Kunststoff noch benetzt ist. Das heißt, wir haben rückseitig, haben wir hier so eine Folie angebracht, einfach nur vom Werk, dass hier keine Kratzer entstehen. Und da seht ihr, hier haben wir auch hingeschrieben Philosopher. Und hier haben wir nochmal die kompletten Angaben und die Wasserresistenz und was das für ein Stahl ist, ein japanisches Uhrenwerk. Das ist richtig toll gemacht. Und diese Bänder, diese Uhrenbänder, die kann man ganz einfach hier durch einen Riegel wechseln. Man kann sich hier verschiedene vegane Armbänder holen, kann sich was aus Metall holen, jetzt wie es bei der Pioneer hier ist. Also da ist wirklich in der Kollektion viel vertreten. Und natürlich gibt es auch viele Frauenuhren, aber ich bin ja jetzt spezialisiert auf diese Männeruhren. Jetzt muss ich hier schauen, ob ich das gut abbekomme. Das ist immer so ein Gefummel und wenn man natürlich ein Video macht, dann ist das umso schwieriger, weil man so einen kleinen Zeitdruck hat. Ich möchte jetzt hier auch nichts kaputt machen. Also das ist wirklich gut draufgeklebt. Da hätte ich mir gewünscht, dass hier so ein kleiner Kunststoffnäschen noch rausguckt. Also wenn man hier wenig Fingernägel hat, dann ist das schon ein Problem. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut und fummel das mal ab. Also ich habe da jetzt mit viel Gefummeltes geschafft. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, das gefällt mir nicht so gut. Ich habe da jetzt auch dadurch, dass ich dieses Kunststoff hier ein bisschen aufgerabbelt habe, habe ich so ein bisschen Dreck hier drauf gemacht. Da hätte man einfach so ein kleiner Kritikpunkt vielleicht hier so ein Kunststoffteil nach außen hier noch anbringen sollen, damit das leichter abzuziehen geht. Man will ja auch nichts verkratzen. Wobei in Bezug auf die Kratzerempfindlichkeit kann ich sagen, ich trage das bei allen möglichen Dingen, auch wenn ich hier mal was aufräume oder am Handwerkeln bin. Und bisher muss ich sagen, das Glas ist richtig stabil und nicht kratzeranfällig. Hier an dem Versteller, da gibt es einen speziellen Namen dafür, ich weiß das nicht, ich bin kein Uhrenprofi, hat man noch so ein Kunststoffteil, damit praktisch die Uhr nicht anfängt, sich zu drehen und hier einfach dann den Akku zieht. Wenn man das rein macht, fängt die an, die können wir jetzt gleich stellen. Ich habe ja hier noch die Uhrzeit und da kann man ganz normal, wie das so üblich ist, hier unseren Zeiger drehen. Und dann gehen wir mal hier hin und wenn wir dann hier reindrücken, fängt dann der Sekundenzeiger an. Ich halte euch die mal ein bisschen näher in die Kamera. Ich hoffe, dass es mit dem Weißabgleich, dass das alles passt, dass ihr das noch gut erkennen könnt. Und ja, das weiße Ziffernblatt ist toll. Wir haben hier Datum. Ich denke, wenn wir die erste Position rausziehen, da muss ich mal schauen, in irgendeiner Position können wir das Datum feststellen. Ja, genau hier. Und zwar in der ersten Position können wir jetzt unser Datum einstellen. Denn das ist klasse, das geht auch alles sehr flüssig. Man hört auch so einen Klack. Also das ist wirklich eine feine Sache. Dann würde ich sagen, ziehe ich die mal ganz kurz an für euch und erzähle euch noch ein bisschen was über das Nordgreen NGO Programm. Und zwar könnt ihr, wenn ihr hier diese Uhr gekauft habt, natürlich mit dem Rabattcode, dass ihr 15% spart, könnt ihr mit der Seriennummer von der Uhr was Gutes tun. Und zwar könnt ihr euch entscheiden für das Projekt Wasser. Da ist dann zwei Monate sauberes Wasser in Afrika. Da könnt ihr euch die genauen Sachen nochmal auf der Webseite durchlesen. Oder für eine verkaufte Uhr die Förderung für Bildung. Das ist dann in Indien eine Förderung. Oder ihr habt noch die Möglichkeit, mit einer verkauften Uhr den Regenwald zu schützen. Und zwar ist da praktisch 50 Quadratmeter. Das ist ein Projekt zusammen mit Cool Earth. Und ja, da habt ihr praktisch die Möglichkeit, dann nach dem Kauf, wenn ihr hier schon ordentlich was an Umweltschutz, ja, nicht aktiv, aber passiv gemacht habt. Das heißt, ihr habt hier eine FSC-zertifizierte Verpackung. Ihr habt dann auch hier nicht so viel Kunststoff. Da könnt ihr hier nach dem Kauf auch noch, ja, was Gutes tun. Wir sind soweit am Ende des Videos. Ich habe euch jetzt einfach ein bisschen was über Nordgreen erzählt. Wenn ihr gerne noch das Video von dieser Native-Szene wollt, dann könnt ihr einfach mal jetzt oben rechts klicken oder unten in der Videobeschreibung. Da habe ich auch tatsächlich das Video von der Pioneer verlinkt. Die habe ich immer so in einem Abstand von, ich glaube, 10 bis 12 Monaten gedreht, weil jedes Jahr, so vor dem Sommer, im Frühling, kommt eine Kampagne von Nordgreen. Ich habe es ja schon sehr oft erwähnt. Mit dem Code KAI spart ihr hier 15%. Ich verlinke euch unten in der Infobox auf die Webseite bei Nordgreen. Da könnt ihr dann euch mal umschauen, was euch gefällt. Ob das vielleicht eine Pioneer ist hier oder eine Native oder in dem Fall jetzt hier diese Philosopher. Das ist natürlich auch schön hier, dieses weiße Ziffernblatt. Das Dunkle hat mir auch gefallen, aber das ist jetzt mal wieder eine andere Art. Und dann dieses blaue Leder im Armband, das gefällt mir auch sehr gut. Dann würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Über neue Abonnenten aktiviert gleichzeitig die Glocke. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Und jetzt verlinke ich euch noch ein Video speziell auf diese Pioneer. Die habe ich nämlich noch ein bisschen so im Detail vorgestellt. Da klickt ihr einfach mal drauf und da könnt ihr euch die anschauen. Die ist sehr interessant. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann!